Hallo, heute im Quick-Tipp geht es ums Schreiben und Korrigieren. Wenn wir über Teams reden, wenn wir über Microsoft 365 reden, reden wir über viel Kommunikation, vor allem in schriftlicher Form. Da kommt es immer wieder mal vor, dass man sich auch verschreibt. Nun kann man natürlich, wenn man sich verschrieben hat, über den entsprechenden Eintrag hovern und dann über die drei Punkte den Inhalt bearbeiten und das Ganze entsprechend korrigieren. Das ist aber schon ein bisschen aufwendig. Das bedeutet, wenn ich geschrieben habe und mir fällt gerade beim Schreiben auf, dass ich einen Fehler habe, habe aber schon abgesendet, dann muss ich erst auf die drei Punkte bearbeiten usw. Dafür gibt es eine ganz einfache Möglichkeit und die zeigen wir jetzt hier im Quick-Tipp. Und Text bin und habe mich verschrieben, habe das Ganze abgesendet, habe ich den Fokus immer noch auf Antworten und kann jetzt ganz einfach zweimal mit der Pfeiltaste nach oben kurz hintereinander klicken und komme direkt in den Bearbeitungsmodus des Textes und kann diesen dann korrigieren. Also ganz einfach jederzeit in die Antwort zweimal die Pfeiltaste nach oben und schon kommt man in den Text, der da drüber steht. Das funktioniert übrigens nicht nur in den ganz normalen Team Channels, sondern zum Beispiel auch im Chat. Oh, habe ich mich verschrieben. Zweimal mit der Pfeiltaste nach oben, schon bin ich wieder in meinem zu bearbeitenden Text drin und kann diesen korrigieren. Eine ganz einfache kurze Tastenkombination, die dir sehr viel Zeit ersparen wird, wenn du deinen Text einfach mal korrigieren willst.